Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Was ist los mit ihm? Eine Klärung. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt und bei dieser Legung beantworte ich die Frage, was ist los mit ihm? Das ist eine allgemeine Legung für 16. September 2018, weil das ist ein wichtiger Tag. Das ist die männliche Energie, was sehr dominiert und wirkt. Natürlich, wir Frauen haben auch männliche Energie. Wir brauchen diese Kraft und Mut, uns durchzusetzen im Leben oder etwas in Bewegung zu setzen. Aber in erster Linie geht es jetzt um die Männer. Mars bewegt sich in der Nähe von der Sonne. Es kommt nicht so häufig vor, aber jetzt gerade diese Annäherung. Und die Sonnenkraft wirkt auch, kommt mehr Klarheit, kommt die Wahrheit ins Licht, kommt auch Wärme, Herzenswärme und Mars bewegt sich schneller als sonst. Und das ist die Bewegung. Das heißt, am 16. September ist diese Energie, wirkt auf die Männer im Allgemeinen. Die sind offener, die klären etwas oder sie sagen die Wahrheit oder sie wollen die Wahrheit wissen. Kommt auch Herzenswärme, sie öffnen sich und kommt schneller alles in Bewegung. Und weil so ist es astrologisch, habe ich gedacht, da mache ich eine Legung dazu und ich erkläre das noch astrologisch. Nach indischen Berechnung, und ich bevorzuge das, weil die Berechnung ist präziser als in unserer westlichen Astrologie, weil die indischen Astrologen genauso wie die Astronomen auch berücksichtigen, dass das Sonnensystem auch Bewegung hat, auch wenn das minimal ist. Aber in hunderte und tausenden Jahren macht das auch was aus. Also die Berechnung ist viel präziser. Nach dieser Berechnung bewegt sich Mars in Tierkreis, zeichnen Steinbock, und geht rasch an die Ketu vorbei. Ketu symbolisiert die alte Karma. Und das ist auch spürbar, weil Ketu wirkt auch. Also nicht wundern, wenn hier karmischen Begegnungen kommen oder Erinnerungen von früheren Leben, das aktiviert diese rasche Marsbewegung. Natürlich, das spüren Sie die erste Linie, die Steinbockgeborenen. Aber wirkt auch ganz stark bei der Jungfraugeborenen und auch bei der Stiergeborenen. Diese Energie unterstützt die Fischengeborenen und auch die Skorpiongeborenen. Und für die Krebsgeborenen spiegelt das etwas. Und die Krebsgeborenen sollen auf diesen Spiegel schauen. Was spiegelt gerade im Leben? Gerade was die Liebe betrifft. Immerhin ist Mars die männliche Liebesplanet. Und Venus ist das Weibliche. In griechischer Mythologie ist das nichts anderes als Aphrodite, die Liebesgöttin, und Ares, der Kriegsgott. Und sie haben sich verliebt. Und von dieser Beziehung, von dieser Liebe stammt Amor. Und Amor bringt die Liebe für die Menschen, wenn das mit seinem Pfeil getroffen ist. Also diese starke Marsenergie spiegelt etwas für die Krebsgeborenen. Und für die Krebsgeborenen bedeutet das, nicht zurückziehen, sondern aktiv sein. Auf anderen zugehen, die Kontakt suchen, Gefühle zeigen, Gefühle annehmen. So kommt alles in Harmonie. Diese Marsenergie, diese männliche Kraft oder eine männliche Person, verunsichert ein wenig die Zwillingsgeborenen und die Löwengeborenen. Und bei Wiedergeborenen und Wagengeborenen entsteht eine gewisse Spannung. Und die Wiedergeborenen und die Wagengeborenen brauchen die Entspannung, die Ausgleich. Die Wagengeborenen finden die Ausgleich zwischen Skorpion und Schütze. Das bedeutet, die Gefühle transformieren, Ängste loslassen, Leidenschaft zeigen und etwas unternehmen. Wie zum Beispiel eine kleine Reise. Kann auch große Reise sein. Für die Wiedergeborenen bedeutet diese Entspannung, ihre Ideen, ihre Vorstellungskraft leben, im Vertrauen bleiben und alles geschehen lassen. Loslassen und alles geschehen lassen. Und so kommen zur Harmonie, zu dieser Marsenergie oder zu dieser männlichen Person. Ich muss aber dazu sagen, das ist die indische Berechnung. Und das bedeutet, das ist nicht immer identisch, was ihr meint, in welchem Tierkreiszeichen ihr geboren seid. Es kann passieren, dass jemand denkt, ist in die Tierkreiszeichen Löwe geboren und bei indischen Berechnungen ist gar nicht Löwe, sondern Krebs. Oder jemand meint, es sind schon Tierkreiszeichen Schütze geboren und nach dieser Berechnung ist es gar nicht die Tierkreiszeichen Schütze, sondern die Tierkreiszeichen Skorpion. Wenn ihr Interesse habt, eine kurze Beschreibung und eine Berechnung auf diesen indischen, könnt ihr das als Blitzberatung buchen. Und dann gebe ich die Auskunft und auf jeden Fall weist ihr, welche Tierkreiszeichen ihr geboren seid nach dieser Berechnung. Aber zurück zu diesem Horoskop für 16. September. Es ist wichtig auch betrachten, wo bewegt sich Venus. Das ist die Liebe, das ist die weibliche Energie. Stehen die beiden in Verbindung, Mars und Venus, das weibliche und männliche? Ja, sie stehen in Verbindung. Ja, Venus in Tierkreiszeichen Waage und Mars in Tierkreiszeichen Steinbock stehen in Spannung. Und diese Spannung ist am Sonntag auch spürbar. Aber hier gibt es eine Lösung und das ist der goldenen Schnittpunkt. Und das liegt zwischen Skorpion und zwischen Schütze. Und das bedeutet Ängste loslassen, Zweifel loslassen, Gefühle transformieren, von solchen Gefühlen befreien und auch Leidenschaft zeigen. Und das hilft auch, etwas mystisch erscheinen. Und das ist die Skorpion-Energie. Und Vertrauen auf diese magische Anziehungskraft. Und dann kommt ein bisschen Schütze dazu, etwas unternehmen, auf die Reise gehen oder Autofahren oder Sport machen, gemeinsam bewegen. Und das entspannt, das entspannt die Beziehung, das entspannt die Verbindung zwischen Mann und Frau. Wichtig ist auch die Mondenergie, weil das beeinflusst unseren Gefühlen. Und genau in diesem goldenen Schnittpunkt, was entspannt, bewegt sich in diesem Tag Mond zwischen Skorpion und Schütze. Also die Gefühle bewusst wahrnehmen, transformieren und dann aber aktiv sein, etwas unternehmen. Das unterstützt die Mondkraft. Und jetzt zu diesem Legung. Welchen Gefühlen hat euren Partner, Wunschpartner, der Mann, die Gefühle, die Männer im Allgemeinen? Was prägt zur Zeit, das zeigt diese Karte an. Diese Brücke bedeutet Übergangsphase. Die Männer haben das Gefühl, sie sind noch nicht ins Ziel angekommen. Es ist noch ein Übergang. Aber sie wissen und sie fühlen das auch, weil hier handelt es sich um Gefühlen, die Richtung stimmt. Und sie haben ein gutes Gefühl dabei, dass sie ihre Ziele erreichen. Und tatsächlich, die Sternenhimmel zeigt, als Glück, es steht alles im guten Sternen. Welchen Gedanken haben die Männer zur Zeit, das zeigt dieses Bild an. Da sind im Hintergrund Lügen und Intrigen. Und darüber machen sie Gedanken. Sie vertrauen nicht jedem. Wenn zwischen Mann und Frau die Kontakt besteht, also ihr habt Kontakt zu euren Partner oder euren Wunschpartner und ihr habt Gespräche, was möchte dieser Mann euch sagen, das zeigt diese Karte an. Dieser Mann möchte diese Leidenschaft leben und will mit euch treffen. Aber er hat keine Lust, über die Vergangenheit sprechen und er hat überhaupt keine Lust, die Zukunft planen, weil er will diesen Moment genießen. Den Tag leben. Wie ist die Liebe zwischen euch beiden? Hat diese Liebe eine Chance? Ist er offen für diese Beziehung? Diese Karte zeigt diesen romantischen Moment. Dieser Bild kann sogar die Verlobung sein und die Zahl sieben, die Chancen. Dieser Mann gibt eine Chance für diese Liebe. Und er möchte die Leidenschaft und diese Romantik genießen. Hat er Glück? Oder woran liegt sein Glück? Das zeigt diese Karte an. Er hat was vor. Entweder ein Neubeginn in dieser Liebe. Er kann aber an anderen Themen handeln. Ein Neubeginn beruflich. Also er mag Schritte in eine Richtung. Er ist aktiv, aber sehr vorsichtig. Warum ist er so vorsichtig? Weil ihm ist es bewusst, dass er so viel verlogen wird. Und gibt es auch im Hintergrund Intrige. Und das ist klug. Und daran liegt sein Glück, dass er vorsichtig ist oder dass er etwas noch überprüft. Es muss jetzt nicht um diese Beziehung handeln, sondern das kann auch die Freundeskreis sein, das kann auch die Familie sein, das kann auch beruflich sein. Aber er ist sehr vorsichtig. Was möchte er im Tat umsetzen in die nächste Zeit? Die Kirchen symbolisieren seinen Gefühlen, auch euren Gefühlen. Da ist auch nicht nur der Mann, sondern auch diese Dame. Also diese Gefühle werden veroffenbart, kommt auch ein Treffen, eine Umarmung. Und im Hintergrund dieser dritte Person, dieser dritte Kirch, entweder noch eine dritte Person, weil er noch gebunden ist, kann auch die Erinnerung sein, Erinnerung an seine Vergangenheit. Aber das hat auch eine symbolische Bedeutung. Das kann auch sein Angst sein. Und er soll diese Angst loslassen. Was ist sein Lernaufgabe? Sein Lernaufgabe ist von Angst befreien, die Ruhe bewahren, von sich selbst überzeugt zu sein und klare Entscheidungen treffen. Welche Veränderung ist zum Erwarten? Er bringt etwas in Harmonie, im Gleichgewicht. Kann auch bedeuten, dass er vergleicht noch etwas und dann kommt dieser Ausgleich, dieser auch inneren Gleichgewicht. Diese Karte ist auch ein Symbol für juristische Angelegenheit. Also kann auch zum Beispiel Scheidung bedeuten oder Termin im Gericht. Ist auch möglich. Was ist sein Wunsch? Sein Wunsch ist, mit euch zusammen zu sein, diese Leidenschaft genießen, diese Kraft zu geben und auch nehmen. Und das auch im Gleichgewicht. Die Beziehung im Gleichgewicht bringen. Was gibt ihm Kraft? Wenn er diese Zweisamkeit genießt und noch einiges Neues entdeckt in Beziehung und dass er auch das schätzt. Und das war diese Legung, diese allgemeine Legung. Selbstverständlich könnt ihr diese Legung auch buchen, dann ist es maßgeschnitten. Es sind Videoberatungen und diese Videoberatungen sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen. Ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft. Ich schaue das auch astrologisch an. Ihr dürft auch wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder lieber nach indischen Astrologie. Und da kommt die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, was ist los mit ihm, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch noch energetisch unterstützen, mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual- und die Energieübertragung ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.